Hi, ich bin der Kai und heute gibt es eine weitere Folge von EKE Tested. In dieser Serie teste ich Programme, Tools und Apps rund um die Themen Elektrokonstruktion, Schaltschrankbau und natürlich ePlan. Wenn dir dazu etwas einfällt, dann schreib es mir doch bitte unten in die Kommentare und ich schaue mir das Ganze mal an und mache dazu eventuell ein Video. Das Thema des heutigen Videos ist ePlan eView, eine weitere App in der Cloud-Umgebung ePulse von ePlan. Mit ePlan eView kannst du eine komplett digitalisierte Elektrodokumentation erstellen. Es ist nicht mehr nötig, deinen Schaltplan auszudrucken, weder für die Fertigung noch für deinen Endkunden und auch nicht für die Inbetriebnahme. Alles das kannst du mit einem Gerät, welches browserfähig ist, digital erledigen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. In ePlan eView gibt es drei unterschiedliche Rollen. Es gibt einmal den Administrator, einmal das Gegenstück, derjenige, der in dem Schaltplan über den Browser etwas einzeichnet, zum Beispiel Anmerkungen oder Änderungswünsche. Das könnte zum Beispiel dein Kollege aus der Werkstatt sein oder ein externer Schaltschrankbauer, das Inbetriebnahmepersonal oder dein Endkunde. Und dann gibt es natürlich noch den ganz normalen Elektrokonstrukteur, der anschließend die Änderungswünsche in den Schaltplan einträgt. Genauso habe ich das Video auch aufgebaut. Ich werde dir die Zeitstempel zu den drei unterschiedlichen Rollen unten in die Videobeschreibung packen. So kannst du dann auch mit deinen Kollegen dir nur das anschauen, was für dich wichtig ist. Und jetzt springen wir einmal rein in eView. Ich habe jetzt mal ein kleines Projekt vorbereitet, welches wir jetzt einmal nach ePulse hochladen möchten. Dazu benutzen wir jetzt die ebenfalls neue App eManage. Mit eManage kannst du deine Projekte in ePulse verwalten. Wenn ich jetzt hier neben mein Projekt markiere und auf Hochladen klicke, lade ich jetzt mein Projekt in die Cloud. Je nach Größe deines Projektes kann das Ganze natürlich auch einen Moment lang dauern. Jetzt ist das Projekt hier in der Cloud verfügbar. Du bekommst auch eine Meldung darüber. Und hier in der Wolke siehst du jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hier über das Blitzsymbol könntest du das Projekt jetzt in ePlan öffnen. Hier unten über den Mülleimer natürlich das Projekt löschen. Hier rechts siehst du dann Details deines Projektes. Und hier über den grauen Button kannst du das Ganze in eView verfügbar machen. Wenn wir da draufklicken, wird das Ganze jetzt in eView veröffentlicht. Und jetzt bekommst du auch die Rückmeldung, dass das Ganze in eView verfügbar ist. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu eView. Und hier habe ich jetzt mein Projekt, welches ich hochgeladen habe, zur Verfügung. Hier unten gibt es jetzt die Möglichkeit, das Projekt mit jemandem zu teilen. Wenn ich also jetzt hier auf Teilen klicke, dann kann ich hier entweder einen vorhandenen Benutzer auswählen oder hier unten einen neuen einladen. Wenn ich zum Beispiel den Kollegen aus der Fertigung diesen Schaltplan zur Verfügung stellen möchte, trage ich hier einfach seine E-Mail-Adresse ein. Dann muss er noch ein Passwort festlegen für ePiles und kann dann auf den Schaltplan zugreifen. Ich habe jetzt hier schon einen Benutzer angelegt. Dem gebe ich jetzt die Rolle des Designers und sage Speichern. In dem Moment, wo ich das Ganze hier geteilt habe, hat der Benutzer auch eine E-Mail bekommen, dass das Projekt mit ihm geteilt wurde. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt kann nämlich der Benutzer das Projekt in eView öffnen. Über die E-Mail findet er direkt hier, GoToProject, einen Link, mit dem er direkt nach eView springen kann. Und das Ganze öffnet sich jetzt, wie du siehst, im Browser. Dazu ist es jetzt nicht nötig, ePlan auf seinem Rechner zu haben, sondern lediglich eine Internetverbindung und einen Browser. Jetzt muss er sich gegebenenfalls hier nochmal anmelden. Hier sieht er jetzt in eView, dass ein Projekt zur Verfügung steht. Wie du jetzt siehst, ist das hier auf Englisch voreingestellt. Das Ganze können wir aber auch ändern, indem wir hier einmal auf unsere Initialien klicken. Dann hier auf Profile. Und hier unten können wir jetzt auch die Sprache umstellen. Einmal auf Edit your Profile. Und jetzt hier unten die Sprache auf Deutsch. Das Ganze dann schließen. Und jetzt haben wir das Ganze auch auf Deutsch. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu eView. Und haben jetzt auch eine deutsche Oberfläche. Wenn wir jetzt hier Öffnen sagen, dann öffnet sich hier unser kleines Projekt. Wenn du jetzt zum Beispiel den Schaltschrank verdrahten möchtest, dann hast du hier die Möglichkeit, sogenannte Greenlinings zu machen. Mit Greenlinings machst du dir Anmerkungen in deinem Schaltplan, was du zum Beispiel schon verdrahtet hast. Dazu kannst du zum Beispiel das Häkchen hier nehmen und kannst es auf die Verbindung absetzen. Du hast natürlich auch hier die Möglichkeit, per Freihand einfach das Ganze abzustreichen und so dir das Ganze zu markieren. Was du ebenfalls siehst, wenn du zum Beispiel auf so einem Bauteil bist, ist hier neben die ganzen Informationen deines Gerätes. Gehen wir zum Beispiel einmal hier auf so einen Motorschutzschalter. Sagen rechte Maustaste Darstellung. Dann kannst du hier neben auch sehen, wo zum Beispiel dieser Motorschutzschalter all hin quer verwiesen wird. So kannst du zum Beispiel auch die quer verwiesenen Bauteile direkt anspringen. Jetzt nehmen wir einmal an, du hast einen Fehler in deinem Schaltplan und möchtest das Ganze jetzt hier dem Konstrukteur mitteilen. Zum Beispiel hier ist der Nennstrom verkehrt. Dann gibt es hier die Funktion Redlining. Auch hier gibt es schon wieder einige vorgefertigte Funktionen, wie zum Beispiel die Skizze, Linien, Rechtecke und so weiter. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel mal ein Rechteck hier drüber zu machen und dann hier noch einen Text hinzuzufügen und den richtigen Wert hier einzutragen. Was du übrigens hier auch machen kannst, ist ein Foto. Wenn du das Ganze jetzt zum Beispiel auf einem Tablet benutzt, dann könntest du jetzt hier über die Fotofunktion direkt ein Foto schießen, zum Beispiel von dem Bauteil, welches du vielleicht geändert hast, oder wenn du dem Konstrukteur irgendeinen Detail aus dem Schaltplan mitteilen möchtest. Du kannst natürlich auch ein vorab geschossenes Foto hier einfach hochladen. Wenn du dann eine Seite weiter bist, dann findest du vielleicht auch noch hier den Klassiker. Du hast zwei Schließer in Reihe, 13, 14, 23, 24 und möchtest natürlich das Ganze ändern zu 13, 14 und 24, 23, damit das einfacher für dich zum Vertraten ist. Dann könntest du zum Beispiel hier so ein Pfeil reinmachen und hier im Text natürlich auch noch hinschreiben, dass du das Ganze getauscht hast. Wenn du jetzt fertig mit deinen Änderungen bist, dann kannst du hier neben deinen Red Linings auch noch eine Beschreibung hinzufügen und dann musst du noch den Status hier ändern. Dieser steht jetzt auf Entwurf und wenn du hier auf Ändern klickst, kannst du das Ganze auf Überprüfung stellen und dann bekommt der Konstrukteur auch automatisch eine Nachricht, dass du etwas geändert hast. Wenn wir jetzt auf Speichern drücken, dann haben wir jetzt ein Red Lining gespeichert. Jetzt machen wir hier unten noch ein zweites. Wir wollen zum Beispiel sagen, dass diese Klemme nicht 5 heißt, sondern PE. Jetzt haben wir ein zweites Red Lining. Dieses setzen wir jetzt auf Überprüfung. Jetzt sind wir fertig mit unserem Schaltplan und gucken uns einmal an, was jetzt der Elektro-Konstrukteur zu tun hat. Wenn der Elektro-Konstrukteur das Ganze jetzt in EFU sieht, dann hat er hier oben die Nachricht, dass er zwei Änderungen bekommen hat. Das Ganze hat er auch bereits per E-Mail bekommen. Wenn wir jetzt hier auf Öffnen gehen, dann sieht er hier auch die Red Linings. Gehen wir jetzt erstmal zum Red Lining 1. Hier unten sieht er jetzt die einzelnen Red Linings, die gemacht wurden. Einmal das rote Rechteck, den Text, die freie Grafik und ein weiterer Text. Hier kannst du dann jeweils drauf springen und das Ganze wird dann automatisch markiert. Wenn du jetzt hier zum Beispiel feststellst, OK, da hat der Kollege recht, 1,6 Ampere statt 26, dann kannst du hier den Status ändern auf Bestätigt. Du kannst hier natürlich noch ein Kommentar beifügen und sagen Speichern. Jetzt ändern wir das Ganze am Motorschutzschalter einmal ab und haben das dann erledigt. Jetzt springen wir zum nächsten Punkt. Hier wollte der Kollege ja den Kontakt getauscht haben. und haben auch das erledigt. Jetzt können wir hier sagen, dass das Ganze erledigt ist. Jetzt gehen wir zur nächsten Meldung. Hier sind wir jetzt im Red Lining 2 und hier wollten wir ja die Klemme zum PE umbenennen. Auch da hat der Kollege natürlich recht und wir stellen den Status einmal um. Ändern dann das Ganze einmal ab und sagen dann auch hier erledigt. Jetzt sind keine weiteren Red Linings mehr vorhanden. Alles ist jetzt erledigt. Hier in der Übersicht sehen wir jetzt auch, dass nur noch erledigte Meldungen da sind. Jetzt gehen wir einmal zurück zu E-Manage und laden das neue Projekt mit den Änderungen wieder in die Cloud. Hier tun wir das Ganze jetzt wieder in E-View veröffentlichen. Und jetzt bekommt der Kollege, der das Ganze nur im Browser bearbeitet, auch eine Meldung, dass es eine neue Version gibt. Das sieht dann bei ihm so aus. Hier oben kommt dann die Meldung, das Projekt wurde aktualisiert, sie arbeiten nicht mit der aktuellsten Version. Und hier kannst du dann draufklicken, letzte Version anzeigen und wenn wir uns das anschauen, dann sind hier jetzt die Änderungen eingeflossen. So hat der Kollege dann auch immer den aktuellsten Schaltplan. Es ist übrigens auch so, wenn du mal irgendwie Angst haben musst, dass du keine Internetverbindung hast, dann kannst du das Ganze hier oben über Offline-Ansicht dir auch lokal speichern und kannst das Ganze dann trotzdem bearbeiten. Auch ohne Internet. Das war es auch schon wieder zu dem Thema. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn du auch das nächste Mal mit dabei sein willst, abonnier doch einfach den Kanal und aktivier die Glocke. Und wenn du noch Fragen hast, schreib sie mir einfach unten in die Kommentare. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Video.